Diese zu erwerbende 14-Zimmer-Villa liegt in Neupetershain. Das im Jahr 1895 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 4837 Quadratmeter, weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 310 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 195.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020